TM6, der neue Thermomix. Als besten Thermomix aller Zeiten preist Vorwerk sein neues Gerät auf Twitter und Facebook an, den TM6, und hat sich damit einen Shitstorm eingehandelt. Denn wer sich zu Weihnachten einen Thermomix zulegte, hat nun, unerwartet, ein Vorgängermodell zu Hause. Die Markteinführung erfolgte ohne Ankündigung und entgegen der Versicherungen der Thermomix-Repräsentanten, das mit einer Überarbeitung des Geräts erst in Jahren zu rechnen sei. Hatte der letzte Modellwechsel noch zehn Jahre gedauert, kam die neue Variante nun schon nach fünf Jahren. Wohl auch, weil die Verkaufszahlen stark rückläufig waren. So ist der Absatz 2017 um fast 13 Prozent eingebrochen. Im Hauptmarkt Deutschland summierte sich das Minus sogar auf 22 Prozent. Weiterhin stattlich bleibt der Preis. 1359 Euro kostet der neue Thermomix.